Glück auf Schalker und herzlich willkommen zum Real Talk nach unserem Spiel gegen den SC Paderborn. Am Freitagabend gab es ja einen 2-0 Heimerfolg für unsere Schalker und der für mich in Summe auch durchaus verdient ist. Vielleicht ein Tor zu hoch, aber ich finde unser Heimsieg, den kann man auf jeden Fall so mitnehmen, der ist durchaus verdient. Das ist ganz, ganz wichtig für unsere Mannschaft, für Schalke 04, hier die drei Punkte mitgenommen zu haben. Wir sprechen im Real Talk über das Spiel, über das, was los war, über unsere Aufstellung, was daran vielleicht nicht so gut war, was man somit auch für die nächsten Spiele verbessern kann, um natürlich auch die nächsten Spiele erfolgreich zu gestalten. Ich bin ja einer von denen, die vielleicht nicht alles schlecht reden, vielleicht zu viel gut reden, man weiß es nicht. Aber natürlich bin ich auch einer, der nach Siegen weder extrem abhebt und sagt, ja jetzt ist alles wunderbar und die nächsten Spiele gehen ganz einfach. Bin aber auch keiner, der nach dem Düsseldorf-Spiel gesagt hat, alles ist scheiße, der Trainer muss raus, sondern hoffentlich halbwegs guten Mittelweg finde. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir gestern gewonnen haben und für den Moment ist das wunderbar. Hat aber nichts damit zu tun, ob wir nächste Woche deswegen in Karlsruhe irgendwie ganz einfach dann Sieg holen können. Aber sprechen wir lieber über das Spiel gestern gegen den SC Paderborn. Denn es war ja ein Spiel mit Vorzeichen, die nicht ganz so für uns gesprochen haben. Bedingt dadurch, dass eben Paderborn ein extrem auswärts starkes Team ist. Vor diesem Spiel noch kein einziges in der Fremde verloren. Das ist schon wirklich stark, das ist eine super Quote. Und wir Schalker kamen dann aus dem Spiel gegen Düsseldorf, wo alles schief liegt. Also wirklich alles. Und da war nicht nur verkehrt, dass Bülter rechts gespielt hat, was ja viele als Hauptgrund genommen haben, sondern dass die ganze Mannschaft da versagt hat. Sprich, eine Reaktion war gefordert, aber natürlich war auch klar, dass die Truppe verunsichert ist. Und das hat man ja auch in den ersten Minuten, in der ersten Hälfte sehr, sehr gut gesehen. Deswegen gab es auch einige Wechsel in der Startformation. Salif Sané kehrte zurück. Malik Chao ging wieder auf die Bank, sprich genauso wie gegen Regensburg im Mittelfeld. Rodrigo Salazar nur mit einem Bankplatz. Ich denke mal, das war nicht verkehrt. Für ihn kam Jaroslav Mikhailov rein. Er ist ein junges Talent. Er kann sicherlich die nächsten Jahre noch wirklich ein spannender Spieler werden. Für mich, aber physisch, aber auch psychisch noch zu schwach für die zweite Bundesliga. Ich finde, man merkt das vom Kopf bis zum Fuß. Also das, was man im Kopf denkt, bis es im Fuß ankommt, das einfach noch zu lange braucht. Sprich, weil er eben noch zu jung ist, zu unerfahren ist, um uns wirklich weiterhelfen zu können. Deswegen war ich da überrascht. Hätte ich mir eher ein Liege gewünscht. Neben Blendi, Idrissi und Florian Flick hat Viktor Palz auf der Sechs ersetzt. Palz, unser Vizekapitän, war ja angeschlagen. Ansonsten, wir hatten die Doppelspitze aus Terod und Bülter. Recht Schulinov, das sah durchaus schon spannend aus. Und so ging dann auch das Spiel los. Es war direkt, finde ich, ein anderes Spiel als gegen Düsseldorf. Es war vor allem in der ersten Hälfte vieles nicht perfekt. Vor allem auch mit dem Ball. Noch einmal merkte man, wirklich an der Schalke verunsichert war. Aber, was mir wichtig war, und das habe ich von Minute 1 angesehen, war höheres Anlaufen als zuletzt. Höheres Pressing, damit auch mehr Mut in den Zweikämpfen. Wodurch wir Paderborn auch teilweise mal unter Probleme gestellt haben, wenn wir früh angelaufen sind. Das fand ich schon wirklich deutlich, deutlich besser als in den Wochen zuvor. Wodurch wir eben auch generell unsere Verteidigungslinie weiter nach vorne geschoben haben. Trotzdem war es vor allem auch lange Zeit in der ersten Hälfte. Zu Beginn auf jeden Fall die erste Viertelstunde so ein Spiel, wo wir halt zu wenig es geschafft haben, uns auch Chancen herauszuspielen. Die erste wirkliche Chance war dann auch das Tor. 22. Minute Marius Bülter, nach einem wunderbaren Freischuss von Overn, wie der erste Pfosten, diesmal nicht verlängert, sondern selber gemacht, mit dem Tor, mit dem wichtigen 1-0 für uns. Und das hat uns Sicherheit gegeben. Danach haben wir es noch immer wieder wirklich gut auch geschafft, Paderborn ganz gut von unserem Tor auch wegzuhalten. Es gab eine gute Chance für Justwan. Kurz vor der Pause ein Distanzschuss, der knapp vorbeiging. Aber ansonsten fand ich das Defensiv wirklich sehr solide. Und nach dem Tor auch offensiv etwas besser gespielt. Und somit gingen wir dann in der Halbzeit mit einer Einzelführung, die für ihn nicht verdient war, die aber auch nicht überragend herausgespielt war. Also es war jetzt auch kein Top-Spiel von uns. Das darf man auch hier durchaus mal anmerken. Zweite Hälfte wurde es dann ein offener Schlagabtausch. Ich war ja im Stadion, sprich ich gerne vielleicht manches sehen, nicht ganz so gut bewerten wie zum Beispiel dieses Handspiel, was ja reklamiert wurde. Ich weiß es nicht, ob es eins war aus meiner Sicht, was keins. Habe aber auch keine Wiederholung bislang davon sehen können. Aber ansonsten habe ich eine zweite Hälfte gesehen, die für mich, für neutrale Zuschauer, glaube ich, ganz gut war. Weil es ein offener Schlagabtausch war, meiner Meinung nach. Paderborn hat der Offensiv gewechselt. Es kamen direkt zwei Stürmer mit Srebbeni und Ex-Schalker Platte. Und dafür gingen zwar defensivere Leute raus, also man hatte dann auf einmal vor, einen ganz anderen Fußball zu spielen in der zweiten Hälfte. Und wir Schalker haben uns eher darauf beruht, defensiv wirklich gut zu stehen, Paderborn wegzuhalten. Aber natürlich auch Akzente nach vorne zu setzen. Und die gab es auch. Es gab ja wirklich auch im Laufe der zweiten Hälfte zwei, drei riesen Chancen für uns. Schulden auf Anpfosten, T-Rodde an den Pfosten, um mal 2 zu nennen, wo du das 2-Hälfte machen müssten. Aber auch Paderborn war nicht weit weg. Aber wir hatten ganz, ganz sicher einen Rückhalt. Martin Freisel, für mich vielleicht sein bestes Spiel für Schalke gezeigt, weil er eben auch mal wieder die Null gehalten hat. Aber vor allen Dingen auch, weil er gefordert wurde und da war. Also was der auf der Linie gehalten hat, vor allem auch dieser Pfostenschuss von Paderborn, den der Freisel erst an Pfosten gelenkt hat. Wow, was eine geile Parade. Also Martin Freisel, Respekt. Super Leistung. Nachdem er zuletzt die Diskussion da war, neuer Vertrag. Ja nein, zu viel solide Leistung, aber keine wirklich überragend guten Leistungen. War das eine wirkliche Top-Leistung. Und dann hat Gramozis, finde ich, auch durchaus gut und clever ausgewechselt. Michael auf Raus, dafür Latzereien, etwas mehr Körperlichkeit ins Mittelfeld reingebracht, was nicht verkehrt war. Gut, ciao für Sané, war ein logischer Wechsel. Weil Salif Sané auch angeschlagen war, glaube ich. Er war ja nicht mehr ganz so fit. Und ansonsten, ja, hatten wir halt dann offenen Schlagabtausch. Vor allem auch in der Zeit, so Minute 60 bis 70, hatte ich das Gefühl, es fällt ein Tor. Die Frage ist, für wen? Weil das war komplett offen. Paderborn in der zweiten Hälfte nochmal deutlich besser, deutlich spritziger gewesen im Spiel nach vorne. Aber wie gesagt, auch wir hatten unsere Chancen. Und deswegen hätte jeder treffen können. Und am Ende hat Schalke getroffen. Darko, Scholenhoff mit dem 2-0, eine Viertelstunde vor Schluss. Florian Flick, super Zuspiel. Generell Flick ein gutes Spiel gemacht, nicht mehr, nicht weniger. Habe mir aber ganz gut gefallen auf der 6. Position, weil das halt etwas offensiver ausrichtet als ein Wechsel bei Palson. Hat man ja auch bei der Vorlage gesehen, wo er da stand. Und das war ein super Zuspiel. Scholenhoff hat das wunderbar zu Ende gebracht mit dem Schuss ins untere, ins lange Eck. Und damit führten wir 2-0, eine Viertelstunde vor Schluss. Und das hat mir ein großes Gefühl von Sicherheit gegeben. Und die gab die, diese Führung ja dann auch. Natürlich hat Paderborn danach nochmal versucht, drauf zu gehen, zu drängen aufs 1-2. Man muss aber auch sagen, gefährlicher waren eigentlich wir. Wobei, was heißt gefährlicher? Nicht nach Chancen, aber uns hat Paderborn regelmäßig mehrere richtig gute Konterschancen gegeben, die wir katastrophal ausgespielt haben. Also Rodrigo Salazar wurde eingewechselt für Blendi Drissi, hat wirklich auch einen wichtigen Part mit reingebracht, Ball mal zu halten, Gegner auszuspielen und auch eben solche Konter einzuleiten. Wenn er aber selber der war, der die Konter hätte zu Ende bringen können, dann ging die Konter extrem schief. Also ich weiß nicht, was das bei Salazar heute im Spiel mit dem Ball oder gestern im Spiel mit dem Ball so los war, weil das war echt nicht gut nach Einwechslung. Wenig Superfund nach Einwechslung bei Henry Matriciani. Also ich glaube, so ein Joker wünscht sich jeder Trainer. Er kommt rein, macht einen grundsoliden Job, keinen einzigen Fehler, hätten alles weggeräumt, was man wegräumen kann. Also wirklich super, wenn du so einen reinbringen kannst für einen Schuljnoff, der da auf jeden Fall K.O. war und deswegen gewinnen wir am Ende 2-0 gegen Paderborn. Ich finde, ein nicht unverdieneter Sieg, vielleicht ein Tor zu hoch, das kann man sicherlich sagen. Paderborn hätte sich durch eine gute zweite Hälfte ein Tor verdient gehabt. Ich wünsche Paderborn extrem viel Erfolg für die Rückrunde. Sympathisches Team, spielt einen guten Ball und wir haben gewonnen. Das ist die Hauptsache. Nächste Woche geht es nach Karlsruhe. Ganz andere Aufgabe, ein ganz unangenehmer Gegner, glaube ich. Und auch da nochmal die Bitte an alle Schalke-Fans. Ja, wir haben heute gewonnen, aber auch das ist mal wieder keine Garantie für irgendeine Serie. Genauso wenig war die Pleite letzte Woche eine Garantie für eine Negativ-Serie. Es wird einfach, glaube ich, genauso weitergehen, dass wir mal gewinnen, mal verlieren und ich habe es schon mal vor einem halben Jahr angesprochen. Es gilt einfach, zum Saisonende hin den Pendel nach oben auszuschlagen und dann vielleicht vor einer aktuellen Verfolgerrolle in die Position zu kommen, aufsteigen zu können und bis dahin muss man einfach dranbleiben. Das haben wir durch diesen Sieg geschafft, haben gut vorgelegt. Die Konkurrenz hat vielleicht Gegner, wo sie womöglich gewinnen werden, aber auch wenn das passiert, ist das egal für diesen Moment, weil wir haben vorgelegt, wir haben unsere Punkte geholt, wir haben alles das gemacht, was wir hätten tun können bei diesem Spieltag. Am Ende gewinnen wir mit 2-0. Was will man mehr? Und ja, es war nicht alles perfekt. Vor allen Dingen auch habe ich angerissen im Spiel mit dem Ball nach vorne, muss das weiterhin noch deutlich besser werden. Vor allen Dingen auch in der Schlussphase, da musst du viel, 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 viel mehr draus machen. Aber in Summe, meine Güte, wir haben gewonnen, 2-0, was noch mehr? Gegen so ein Team wie Paderborn ist das schon echt eine tolle Leistung und deswegen bin ich stolz auf die Mannschaft. Und noch einmal, es ist aber auch keine Garantie, dass wir nächste Woche irgendeinen Erfolg feiern. Nein, auch da geht es wieder von vorne los. Eure Meinung zum Spiel gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker. Musik